Alola Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Pokemon Mond Last of Challenge Ach Scheiße Im letzten Part haben wir Ok, zum Glück Zum Glück habe ich schon Alola da Im letzten Part hat sich Tuka nenntet Darauf bin ich natürlich besonders stolz Und ja, und ich habe sie im Durchbruch gefunden Womit ich alles und jeden das zu spiele Nosferatu Flügelschlag nice Flügelschlag Oh, der Stärke 60 Stauner kann flinchen Komm, der Stauner geht weg Wir haben schon eine Flinch-Attacke mit Bison Außerdem ist es auch der Endisch-Step Das ist gut für Zubat Danke, liebes Ratata Und wir haben auch noch den Normium-Z Erhalten oder wie auch immer der heißt Im letzten Part Ich habe hier den Relax Okay, dem Normium-Z kann ich jeden bei Geben außer Roppal Gold Chop nein Nosferatu nein Winlock nein Magst du Pizza? Nee Komm Tukan Der gute alte Tukan Der gute alte Tukan Der gute alte Tukan Ach super, da können wir gleich mal die Z-Attacke testen Mit diesen äußerst teilen ja nicht peinlich auf den Mund Mit diesen äußerst teilen ja nicht peinlich auf den Mund Nichts Hyper Sprinteraktives Ich hätte dem A können Nosferatu geben aber ein Z-Superschall So wie die? Nee, doch lieber nicht Nee, ich möchte nicht fliegen Ich habe keinen Bock zu fliegen Wem könnte ich jetzt nach vorne machen? Eigentlich Gold Chop Andererseits nein Andererseits nee Nosferatu nein Winlock Ich habe schon ein gutes Team Bin ich froh Komm ich will hier endlich raus Was ist jetzt schon wieder Elima? Oder Olimar Oder wie auch immer du heißt Hallöchen ich bin's wieder Käpt'n Elima Auf den Inseln der Alula Region wirst du immer wieder mal auf neue Barrieren Man bezeichnet sie auch als Barriere des Käpt'ns Und halt hinter einer solchen Barriere tummeln sich lauter ziemlich starke Pugen Ist man mit einem starken Trainer unterwegs, darf man hier auch ohne weiteres passieren Aber wer gerade auf Inselwanderschaft ist, muss erst die entsprechende Prüfung meistern Dann Du verschließt sich durch die Barriere darf Hast du alles verstanden, ne? Dann zieh jetzt zu und bestaune sie Zauberkräfte von Käpt'n Elima Oh mein Gott Oh mein Gott Was passiert denn da? Oh mein Gott Ich hoffe ihr habt sie auch noch nie gesehen Voila Und schon ist deine Welt ein bisschen größer geworden Ja Ja Veli Veli Bin ich der einzigste Käpt'n Sprich es gibt hier auch nur eine Prüfung Du solltest dem Inselkönig Talha Bescheid sagen, dass du die Prüfung hier gemeistert hast No nö Ok Hallo Oh rot Elimas Gesicht Nach zu Wurteilen hast du deine erste Prüfung wohl bestanden Es schreit nach einer Belohnung Ich hab's nicht erklärt dir in meiner schönsten solche Tutorial? Nein Danke Schau mir gut zu Jetzt zeigt er uns wie er den Hypersprinterangriff macht Soweit ich weiß nichts an Z Platscher Oh hallo Focano Ich hätte auch gern Focano aber was krieg ich Ich mag Pizza Ich mag Pizza ist zwar geil aber trotzdem Z Z Silberblick und Hypersprinterangriff Ok Was tut das denn machen? Angriff plus 2 Wenn schon der Z Heuler plus 2 death macht Hypersprinterangriff Ja! Z-Zandwirbel könnte ich mir auch gut vorstellen. Gut, durch die Z-Kräfte überträgt der Trainer seine Gefühle und geht dann auf sein Pokémon. Und das läuft ganz schön aus. Deswegen kann man sie blablablabla. Ist das alles, was Ihnen auf den Herzen liegt, Professor? Ich hoffe es doch. Schreck, das hätte ich beinahe vergessen. Ich habe Rillia auf Route 3 aus den Augen verloren. Würdest du sie bitte für mich suchen, Rot? Dann werde ich zur Sicherheit noch einmal in der Höhle nachsehen. Richtig, wir sollten uns aufteilen und nachher suchen. In der Höhle ist sie bestimmt nicht. Bei dir ist es wohl eher in der Vegetationshölle. Anstatt in der Vegetationshölle. Ja, Route 3. Ich habe schon mal ein Video gesehen, dass man da keinen Schutz einsetzen kann. Genauso dort wie bei Illumina-Steppe in Pokémon X und Y. Da ist es genau so. Da kann man auch keinen Schutz einsetzen. Aber ich glaube, es gibt öfter so Stellen. Gute 3, ein neues Pokémon also. Wartet Leute, bis gleich. So, und es ist dein. Bitte, 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 kein Habitag. Nein! Fick dich doch Habitag! Ey, mein Tierkönig. Fick dich doch Habitag. Fick dich. Fick dich, du Arschloch. Ey, ich kriege noch Flug-Pokémon. Was soll der Scheiß? Mir egal, ob du jetzt weggekrippelt wirst. Ey, ich hab drei Flug-Pokémon schon mein Team. Als würde ich Habitag reinnehmen. Ich hab noch Esperatu. Ich hab, okay. Er ruft Hilfe. Wird kein Habitag. Ah! Ich hoffe, du bleibst nicht drin. Und es ist dein Hilfe, du kommt ein bruter Lander. Fick dich doch Habitag. Kann man überhaupt noch Beleidigungen als Spitznamen geben? Ich glaube, ich gebe es halt das 6. Genie mehr, weil ich würde das Ding gibt gerne Arschloch nennen. So, heute ist es, weil es kann man hier noch Menki und, äh, die Freunde sind doch im Groen Feld. Das ist ein... Komm, wohl mal sehen, ob das klappt. Das... 3.000 tut's, ja, aber... die das annehmen... Nein, einigabes nicht tun. Dann nehme ich einfach Dämon. Das Dämon-Habitag, juhu. Obwohl ich bin... kriege ich dann Puck und Sonne vielleicht ein... So, Dämon. Passt das rein? Danke. Äh, auf die PC-Box. Okay, ich gucke erst mal den Bericht von Habitag und Dämon. Okay, es hat nur Bullshit drauf. Und Adlerhub. In eine PC-Box. Das ist doch scheiße. Warum Habitag? Man hat hier Skarlöck und Mankey kriegen können. Beides weitaus qualitativere Pokémon als ein... Arschloch. Trainer. Ich lasse jetzt meine Wut an dir aus. Ich lasse jetzt meine Wut an dir aus. Trainer Hoffnung, Thorsten. Alles deine Schuld, Thorsten. Mit deinen Entornen. Alles deine Schuld, Thorsten, ne? Good luck. Schaffst du das? Ist nur ein Entorn. Scheiß Habitag, ey. Ich muss Habitag auf der Route der Funk bekommen, anstatt ich mag Pizza. Mag... Ne, magst du Pizza, ist das, ja. Dann könnte man ja eins tauschen mit... Ja, ich mag Pizza. Ich verliere mich doch nicht. Ich glaub schon. Mach deinen Wiederhall auf Doom. Oder auch auf Nicht-Doom. Reutel. Krank. Ich will jetzt kein Super Trank dafür benutzen. So ein dummes Entorn. Ein Super Trank wird nicht für Entorn benutzt, sondern für... Nicht für Winluck benutzt. Komm, Wiederhall. Komm, doppeltes. Nee. Ah, bitte nicht gritten, bitte nicht gritten, bitte. Danke. Ich outspeed das Ding ja so oder so. Nice, es ist tot. Thorsten, schäm dich. Schäm dich, Thorsten. Nein, Thorsten, du kommst mir nicht zu. Schäm dich, Thorsten. Sofort. Gold-Shop-Level-F... äh, Level 9, tut mir leid. So, Oberport bist du ja noch nicht Gold-Shop. Tut mir leid. Böser Thorsten. Alles seine Schuld, dass ich nicht mein... Skarlöck gekriegt hab, sondern nur ein Happy-Tag. Geil, komm, weiter geht's. Auf einer spannenden Reise. Item. Heilball. Hey, du da. Ich lass dich an... meinen Wut an... Ich lass dich an meine Wut an dir aus... trenne auf mit Cassie. So ist dann Thorsten dann an Cassie, okay? Okay, Linny, jetzt. Das ist machbar. Für... für... für Win... Winluck. Mein Spitzenam. So scheiße. Ich meine, was hab ich da für Spitzenam. Team. Winluck, Meerjungmann, Magst du Pizza, Tukan, Nosferatu und Goldshop. Was denn da für Namen? Darf kein Anruf, ich komm. Flügelschlag. Ich hätte jetzt Alcon auf Nospiratu wechseln, damit der Arme an die P-Botons. Ja, scheiße, Megasauger. Ach, demnächsten Flügelschlag wird er nicht tanken. Winluck halt so wirklich aus als Wingull. Es muss endlich ein Pelipper werden. Ja, Meerjungmann Level 16. Nice. Auf Level 17 entwickelt sich ja Meerjungmann zu Marikek. Ich darf wieder heilen. Ach, Winluck hält einfach gar nichts aus als Wingull. Als von der Möbel bis ein Pelikan wird. Was ist hier? Ich darf forscher alles. Ja, ist da noch was? Oh, das ist eine TM. Oh, scheiße. Ah, das scheint doch ein Trainer zu sein. Okay. Ich sehe alles. Auch diese scheiß Habitag, die niemand mag. Fick dich, Habitag. Du hast gesagt, genau, dass niemand dich mag. Niemand mag dich, Habitag. Eine Sanftglocke. nein. Nein, das ist gut. So ein Pokémon. Ja, gut, ich könnte es Nosferatu geben, wenn es ein Golbat ist. Ich könnte es Nosferatu geben, wenn es ein Golbat ist, damit es sich schneller zu X-Pad entwickelt, zum großen Nosferatu. Mele, mele Blumenmeer. Okay. Hier ist Vivi. Ökchen, was machst du denn? Komm zurück! rot, drücken es gerade auf und davon. Einfach ab durch die Blumen her. Ab durch die Mitte. Ab durch die Blumen. Und das, obwohl es gerade erst dieses furchtbare Erlebnis auf der Brücke hatte. Was, wenn ein wildes Pokémon auftaucht und es angreift? Es beherrscht doch gar keine Attacken, um sich zu wehren. Keine Sorge, Süße, ich beschütze ihn. Ich beschütze ihn. Schütze sein Cosmox, Süße. Ja, scheiße, wenn ich nicht tun würde. Ich wäre ein Arschloch. Okay, super Ball. Scheiße. Oh, ein Account dafür ist Meli, Meli, Blumen, man. Und es ist dein LEMINI. Nice, weil normalerweise kann man hier, soweit ich weiß, auch Kureo-Gel kriegen und zum Glück kriegen wir kein Kureo-Gel. Ich mache extra eine Aqua-Knarre, der ist nicht perfekt. Ich mache einen Super Ball. Und kein Super Trank. Ich glaube sogar, ich nehme Nill-Minute-Team als Pflanzen-Pokémon. Komm, bleib drin. Danke. Danke, ihr liebes Lill-Minip. Namen für Lill-Minip. Tukan Level 15 auf jeden Fall. Okay. Seit Pokétex-Hertrag. Scheiße, ich habe den von Habitag vergessen. Vorzulesen, weil das Ding zu scheiße ist und es ich verdient hat. Okay. Wenn man ab und zu seine Blätter schneidet, wächst sein Körper rund und brechtig heran. Seine Weiterentwicklung ist ja Dressella. Ich habe gerade so einen schlimmen Spitznamen mal wieder. Das ist unglaublich, wie schlecht meine Spitznamen sind. Hey, ich muss einfach nur lachen. Passt super Raub drin. Es ist sogar weiblich, das passt perfekt. Ja, es passt drin. Okay. Ich nenne es Blumenlady. Ich bin so scheiße in den Spitznamen. Nehmen wir es mal. Warte, zuerst will ich mal seinen Bericht sehen. Was hat er so für Attacken? Blumenlady. Was hat er so für Attacken? Absorber, okay. Wachstum, Egelsamen und Schlafpaul. Okay. Okay. Ich kann mir Movezeit leben besonders mit Egelsamen Schlafpudern abzuhören. Wem könnte ich wegmachen? Ich weiß nicht so recht. Doch, lieber mein PC mit Lilminip. Ja, weißt du, ich werde ich ihn noch später gebrauchen können. Ich weiß, hier gibt es auch Koreo-Gel. Aber ich will kein Koreo-Gel. Es gibt ja auch Wommel, okay. Nee. Zum Glück habe ich kein Wommel gekriegt. Ich mag Wommel nicht so ganz. Wommel wird jetzt so ein Token und habe ein Spundle-Bio oder wie auch immer das heißt. Okay, Goldshop, wir versuchen Lebensstelle zu erlernen. gegen den Z-Heuler. Ich weiß nicht so ganz. Kann man rein für den Heuler kommen? Vielleicht können wir Heuler schon das Leben retten. Sandbümpel kann mir das Leben retten, aber nicht Heuler. Gut, guter Goldshop. War der Goldshop. Ich sollte ihn schutzaktivieren. Ja, Lill-Minip. Winluck. Mag dich nicht. Hätte ich das denn so richtig schon weiß, den Flügelflag überlebt? Ich guck mal. Okay, es hätte eigentlich überlebt, aber safe is safe. Das wird nicht so viel Dämmung machen. Keiner ruft Hilfe. Es hätte er geholt. Gar nichts, okay. Aber ich weiß, bei Kind-Worm gibt es eine niedrige Wahrscheinlichkeit, dass ein guter Land er kommt. Was schon krass ist. Puterlander ist krass. Na gut, das ist eine gute Möglichkeit für Shinies. Magst du Pizza für Wirbel erlernen? Nee. Hättest du Pizza-Worf erlernen wollen? Dann hätte ich ja gesagt, aber nein. Magst du Pizza, du kriegst keinen Wirbelwind. Es tut nur all die Pizzen wegwirfeln. Und mir reicht jetzt, ich setz Schutz ein. Schutz. der beste Freund des Menschen. Und hier die Sanftglocke. Gebe ich Nosferatu. Nosferatu. Ja, und die Mehrzweck-Tasche und ich tasse auf der fünften Generation gibt es anscheinend wieder, wie ich gerade gesehen habe. Nice. Weil mit der konnte man seine Lieblings-Items in eine bestimmte Tasche machen. jetzt wirkschen aber ich will mich noch umsehen. Wirkschen. Okay, ich bin wieder hier. Es hat toll. Ich mag es bei dir die zu sein. So. Völkchen. Ich ignoriere dich mal kurz. Tut mir leid. Giftstisch. Okay. Hätte ich auf Zubat eine Giftattacke. Ich kann mal wieder mit meinen Instagram-Fotos was machen. Ah, da bei den Wommel. Scheiße. Von dir will ich auch mal ein Foto. Wommel. Wommel. Das weite Foto. Ja, das weite Foto soll auf Instagram geschickt werden. Okay. Mach mal ein Foto von einem coolen Pokémon. Dafür gebe ich dir eine 3 MFG. Glasklares Wetter. Guten Tag. Blumenfelder sind toll. Ist das echt nur ein Foto? Beautiful. Wie auch immer das geschrieben wurde. Das ist dein Pokémon, oder? Du hättest etwas näher gehen kann. Die Leute liebt es. Ich finde, ich kann das noch toppen. Ich kann die Fotos hier noch toppen. Wo bist du, Coreo-Gel? Coreo-Gel. Wo ist dein Gel? Coreo-Gel. Bewege dich nicht zu sch... Komm, Wommel. Bau keine Scheiße. Ich weiß, das Foto war scheiße. Das Zweite war es. Hm. Nicht das Erste. Ne, doch das Zweite. Okay, ich lese wieder meine Kommentare. Mach mal ein Foto von Coolen Pokémon. Tolles Wetter zum Fotografieren. Hab bis mittags geschlafen. Hemio Blumenfelder sind toll. Eine Augenweide. Gib dir beim nächsten Mal einfach mehr Mühe. Dreh dich zur Kamera. Ich bin scheiße. Ich bin scheiße. Das wusste ich schon vorher, dass ich scheiße bin. Aber egal. Auf jeden Fall ist unser Job nicht scheiße zu sein, sondern einen Kosmok zu finden. Und das habe ich hiermit auch getan. Du bist mir vielleicht dein. Piu. Danke, Rot. Piu. Und diesem Wingard sollte ich wohl auch danken. Warte, ich möchte mich ein wenig Erkenntnis zeigen. Danke für die Heilung, Lilly. Ich habe da einmal etwas anderes in meinem Buch gelesen. Darin steht, dass sich das Aussehen von Choreogen je nach Art des Nektars den sich schlürfen ändert. Bei der Verwandlung die sie dabei durchlaufen handelt es sich jedoch offenbar nicht um eine Entwicklung sondern um einen sogenannten Formwechsel. Interessant oder Piu. Jetzt aber schnell zurück in die Tasche wölkchen. Nur weil hier nicht so viele Menschen sind kannst du noch nicht gleich so herumtobeln. So langsam sollten wir auch weiterziehen. Der Professor macht sich sicher schon Sorgen. Okay, Professor, machen Sie sich Sorgen. Hey Rot, Oli, die ist ja auch mit dir unterwegs. Und was machst du hier Tali? Naja, ich habe die Prüfung bestanden. Tali, niemand mag ich. Hey Rot, ich will herausfinden, warum ich niemand mag und welcher von der Prüfung stärker ist von uns beiden. Lass mich schau, du beginnst mit Pichu, das Pokémon, ich nicht besiegen kann. Nee, sogar schon Pikachu. Ey, ich hab Winluck vorne. Ey, das ist scheiße an meinen Team grad. Und zwar, schauen wir uns mal mein Team an. Winluck, Kiefferschwäche, Nospiratu wird sehr effektiv getroffen, Tukan wird sehr effektiv getroffen, Meerjungmann wird sehr effektiv getroffen, magst du Pizza halt nicht viel aus und Goldshop weiß ich nicht ob wer na gut, er kann die Leck packen, abfangen und mit einer Lebensstelle zurück schießen, was auch immer er mag. Pika! Halt die Fresse, Arschratte. Niemand mag dich, genauso wie Tali. Niemand mag Tali, niemals mag Pikachu. Hier ist sehr effektiv. Frisst die Lebensstelle, Pikachu. Never resisted. Ich mach einfach null Damage, das ist nice. da freut man sich doch schon direkt. Das ist nice, so kann ich gut den Hub Taktik machen und genauer schenken. Dies ist auf minus zwei. Corrigiere auf minus drei. Tut mir leid, habe ich minus drei gesagt, ich meine es sehr verschillte minus vier. Sagt ich minus vier. Tut mir leid, ich meinte minus fünf. Wer weiß, wer hat sogar minus sechs. Das wäre nice. Na, einfach mit der Noob-Taktik das Pikachu besiegt. Ah, Level elf sogar schon, nice. Level fünf sind für Winluck. Er will sogar schon Aquaville erlernen. Nice, aber ich liebe gerne die Aquaknarre weg. Weil mit seiner Knarre bringt er jeden um. Außer Nosferatu, der überlebt, gekonnt und besiegt ihn dann. Mit einem Donner. Oder Nosferatu? Okay, Flamjau. Dann muss ich wechseln. Ich bin mit den Stahlpuchmon draußen. Mehr jungen Mann, komm, mehr jungen Mann, soll dich endlich entwickeln. Oder ich möchte schon noch ein Machi Kek haben. Bevor es dann zu Hala geht. Komm, ich mach die Wasserdüse. Ey, Wasserdüse ist so oder so Prio. Ey, Wasserdüse kältig. Wasserdüse ist Prio Step. Effektiv und schon wieder die Flingen laufen. Die nützt mir grad nix, ey. Ich krieg die nur an den Momenten, wo ich sie nicht brauche. Ich kann mich auch besiegt. Hm, okay. Leider kein Leveler. Nosferatu! Du bist Level 14. Nosferatu. Warum hast du das nicht ausgemacht? Wir haben beide den Herrscher besiegt. Rot, wir nicht ausgemacht. Ich frage mich aber trotzdem, ob ich jemals gegen Opi gewinnen werde. Du nicht. Ha, ich wusste doch, dass ich auf dich zählen kann, Rot. Auf Tali kann man nicht zählen. Der frisst die ganze Zeit nur maler Sardarts. Während ich hier die ganze Trexarbeit mache. Danke, dass du ledige gefunden hast. Ja. Und dir gratuliere ich natürlich auch zu deinem ersten Bestand in Prüfung, Tali. Bestimmt hast du ein paar Fireattacken zum Spal-Dapel gelassen. Das ist nicht wahr. Klar. Sicher reibt sich Hala jetzt vor Freude. Wie meinst du das? Naja, das gehört auch noch zur Prüfung. Wer die Prüfung in einer Insel besteht, der muss danach gegen den Inselkönig bzw. die Inselkönigin im Pokémon-Kampf antreten. Ja, ja, so ist es. Das ist immer eine große Prüfung. Die große Prüfung. Wie man irgendwie mich in der Pokémon-Attacken erforscht könnte. Keine bessere Gelegenheit geben, heftige Pokémon-Kämpfe mitzusehen. Echt so heftig? Lassen wir doch Taten sprechen. Nicht so, nicht wie auf Nach-Lili. Mit etwas Rückenwind sollten wir Route 3 in Windeseile. hinter uns gelassen haben. Okay. Aber ich bin dafür zuständig, mein Team zu heilen. Nee. Eigentlich will ich schon Nosferatu nach vorne machen. Oder Nosferatu. Nosferatu. Toll Nosferatu. Du bist cool, Nosferatu. Der Wursche gefällt mir. Bla, bla, bla. Ich bin uninteressant. Ich bin in Trainerhoffnung. Bist du Trainerhoffnung? Nee, du bist Trainerhoffnung, Jay. Und nicht Trainerhoffnung, Thorsten. Ich lasse meinen Fuss... Ich ruhe nämlich gerne an Thorsten aus. Und an Casey oder Vokano. Ey, ich hätte einen Vokano kriegen können. Und was habe ich gekriegt? Na gut, ich mag Nosferatu, aber ich hätte keinen Nebula kriegen. Oder einen Driftlohn. Ah, was mache ich denn? Bist? Nosferatu! Bist du dieses Vokano bitte? Alter, die Glut zieht viel ab. Komm, mehr, Jungmann. Musikersteil. Es ist kein Akani, es ist nur ein Vokano. Du schaffst das. Du schaffst das! Na, Jungmann. Blut. Selbstverständlich kriege ich nicht den Scheiß-Börn. Warum auch nicht? Ist ja halt so, als würde mich das ficken. Nee. Ist das Beste, was mir je passiert ist. Ach, fick dich doch, Vokano. Komm, hier, frisst die Wasserdüse, du kleine Drecksau. Ich finde scheiße, dass Wasser-Pokémon auch können. Weil das Wasser-Pokémon verbrannt werden können. Jay, verpiss dich. Und wie sich das gehört, habe ich dem ultra-seltenen Fall zugesehen und habe mir Feuerheiler gekauft. Nicht für Nosferatu. Nosferatu, du hast sie dir nicht verdient. Nosferatu, schäm dich. Ein super Trank. Ich mag super Trank. Es müsste eigentlich immer noch dieselbe Rote sein, ja. Aber ich bin bärengeil. Soll ich mir diese Pirsif-Biere. Diese Pirsif-Biere. Und diese Pirsif-Biere, selbstverständlich. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Ich bin halt bärengeil. Rote 1. Ah, da bin ich. Auf die gute alte Rote 1. Aber ich will mich noch im Poké-Center heilen. Und dann geht es auf zum großen Kampf gegen Hala. Hala. Ein guter alter Freund. Hala. Ist Hala mein guter alter Freund. Keine Ahnung. Warte, sind die zwei anderen Pokémon jetzt in der Rest und in der Rip-Box? Ich hoffe es nicht. Das... Doch. Demons soll ruhig dort bleiben. Demons hat es eigentlich gar nicht verdient. Das kleine Arschloch, aber egal. Und Lil' Minip. Okay. Blumenlady. So. Ich glaube ich mache heute extra lang. Für Hala. Damit wir im nächsten Part dann zur nächsten Insel aufbrechen können. Okay. Nosferatu. Mein guter alter Freund wird geheilt. Da ist sowas nur miterlebender. Es ist so schön. Kamer wird höchstwahrscheinlich jemand wegsterben. Dem darf ich dann den Wonder Trade schicken. Ich freue mich, wen ich dann bekomme. Hoffentlich etwas, was sich auch lohnt. Und Carpador lohnt sich immer und immer und immer wieder lohnt sich Carpador. Das ist mir leid. Weiter. Kein kleiner Pisser von Route 1 kann sich mit mir anlegen. Kein kleiner Pisser von Route 1. Du und dein Team habt die Prüfung bestanden. Ich bin gespannt, welche Attacken ihr von Anfang an mit ganzer Kraft einsetzen werdet. Also. Ich bin zwar kein Trainer, aber sogar. Mir ist klar, dass das eine großartige Leistung war. Piu. Hala. Der Inselkönig von Mili Mili ist sehr stark. Er ist ein wahrer Meister im Umgang mit Kampf-Pokémon. Gegen die kommt man am besten mit Flug- oder Psycho-Attacken an. Du hast die Feen vergessen. Dieser Feen-vernachlässigende. Feen-vernachlässiger. Ey Rotomdex, man sieht doch, dass er gerade vor uns ist. Und du solltest nicht sagen, er treibt dich irgendwo Lili hier um. Okay, was habe ich so für Tränk? Super Tränk habe ich 13. Tränk habe ich 3. Okay, stopp. Jetzt möchte ich eh nur noch die Super Tränk brauchen. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen deiner Prüfung in der Vegetationshöhle. Gute Arbeit. Ich nehme an, du bist hier, um dich mit dem Inselkönig zu messen. Also gut, Rot. Du und dein Team Zubat seid ihr bereit, gegen mich zu kämpfen. Das ist nicht Zubat. Das ist Nosferatu. Dieser Kampf hatte ich sehnsüchtig erwartet. Ich auch. Hala. Endlich ist der Augenblick gekommen. Ich möchte mich dir erneut vorstellen. Trainer auf Inselwandererschaft. Ich bin Hala, der Inselkönig von Mele Mele. Nun gut, wollen wir beginnen. Auf dich wartet die letzte Prüfung von Mele Mele, der Pokémon-Kampf gegen den Inselkönig. Mit anderen Worten, die große Prüfung. Also Rot, zeig mir die ganze Kraft, die in deinen Pokémon steckt und beweise, dass du würdig bist, den Glitzerstein von Kapuriki zu tragen. Ich werde mich nicht zurückhalten. Der alte Hala wird dir zeigen, was in meinen richtigen Inselkönig steckt. Möge die große Prüfung beginnen. Musik ist nice. Das ist gut. Okay, er beginnt mit Menki. Dass er aus irgendeinem Grund rote Augen hat. Das ist aber jeden Tag. Zubat hat gar keine Augen. Der arme Nosferatu. Menki hat sie ihm geklaut. Damit er rote Augen hat. Okay. Ich würde auswechseln. Doch nicht mit Nosferatu. Jetzt wird es ein bisschen präglicher. Nosferatu ist der Beste. Menki. Du Null. Niemand kann was gegen Nosferatu ausrichten. Oh nice. Nice. Goldschopfe. Makuhita. Okay. Magst du Pizza? Du Verräter. Nicht Spaß. Gehen wir mal zum Meerjungmann. Der müsste eigentlich gut mit einer Säuse-Stimme angreifen können. Oder? Meerjungmann. Wen magst du Pizza? Kommst du doch an. Er wird höchstwahrscheinlich auf den Mugel-Heap gehen. Ja, tut er auch. Deswegen habe ich nicht rund um die AP-Vorschwindung und bin aufs Kula umgegangen. Säuse-Stimme. Mit meiner Säuse. Ganz verbi. Fuck. Ich muss auf Trompec. A.K.A. Tukan. Tukan. Wir brauchen nicht. Säuse-Stimme. Juck dich nicht. Du hast A-Dauge. Und auch so viel Winlock eigentlich, aber... Du kannst es besser austeilen. A-Dauge. In your face. Makuhita. Warte, kann er nicht schon jetzt auf dem Mugel-Bein stehen? Warte, bitte mal nicht zufrieden. Okay. 4 KP. Selbst mit Kriterien hätte ich das überlebt. Digga. Ist das dein Ernst? Und ich dachte schon, ich hätte Schwierigkeiten. Ich doch nicht. Ich. Okay, Krarbox. Zu wem kann ich da gehen? Nosferatu? Winlock eigentlich nicht. Gucken. Ich gucke mal die Mehrwerte an. Bericht. Du hast... 22 Deaths. Nosferatu hat wie viel Deaths? 16. Winlock hat wie viel Deaths? 16. Aber man muss... Aber... Eigentlich müsstest du Nosferatu, weil... Er resistet. Kampfattacken hier fast, weil... Ich glaube schon, der hat... Der hat eine Z-Attacke. Und um safe zu überleben, werde ich Nosferatu nun heilen. Mit einem Trank. Ein super Trank. Nur ein normaler Trank. Denn im super Trank hat er sich noch nicht verdient. Silberblick. Oh mein Gott. Nosferatu. Hoffentlich steckst du es immer noch weg. Bitte Nosferatu. Lass mich nicht im Stich... Nosferatu. 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 Okay. Ich nehme super Trank. Ich hätte Nosferatu... Ne... Ne... 10.000 Jahre spät. Normalerweise müsste er jetzt die Z-Attacke machen. Ich wechsle nicht aus, Hala. Komm, normaler Trank wird jetzt ausreichen. Komm schon, mach was anderes. Bist du ein Mann? Nein, ist er nicht. Nö. Ich will nicht Nosferatu sterben lassen. Aber ich glaube so langsam, ich muss ihm sterben lassen. Wenn er einen Crit macht, dann bin ich da unten. Scheiße. Entweder lasse ich Nosferatu sterben... Aber was nützt man das, wenn er stirbt? Nur unnötige Opfer. Ich will Nosferatu nicht verlieren. Okay. Komm, steck die weg. Nosferatu. Du schaffst das. Nosferatu. Du überlebst die voluminanten Faustschläge. Nosferatu. Komm schon. Überlebe. Nosferatu. Nosferatu. Nein. Du hast überlebt. Nosferatu. Du hast überlebt. Nosferatu. Nicht viel AP hat Verfolgung. Bitt nicht zu viel. Ich will Nosferatu nicht verlieren. Digger. Silbeere, komm. Silbeere. Der hat mir 23 KP abgezogen. Das heißt, ich werde ihn jetzt überleben. Ne, warte, werde ich nicht. Scheiße. Nein. Nein. Nosferatu. Nosferatu. Er war doch noch so jung. Und so schön. Und so Nosferatu-haft. Ruhe in Frieden, Nosferatu. Ruhe in Frieden. Nosferatu. Du warst der Beste. Nosferatu. Nice. Ich werde dich noch Wunder traden müssen. Leider, Nosferatu. Steigerung, Siebe. Willst du mich ficken, du kleines Arschloch? Jetzt muss ich schon wieder wechseln. Und jetzt verliere ich wahrscheinlich Tukan. Oder? Verliere ich jetzt Tukan? Wegen der Krabboxen. Ja, ich verliere Tukan. Scheiße. Was soll das, Müll? Jetzt verliere ich ja noch Tukan. Komm, irgendwann. Was soll der Scheißdreck? Komm, Kulauben. In your face. Dumme, kleine Arschratte. Okay, jetzt ist er auf minus eins angeht. Tut mir leid. Korrigiere. Er ist auf gleich, wie viel Handliff wie vorher. Ja, Mann. Mein Armer Nosferatu. Nochmal, die Zettattacke kannst du nicht mehr einsetzen. Hey, und jetzt ist mein Armer Nosferatu tot. Mein armer Schützling. Nosferatu. Ripp. Rundfrieden Nosferatu. Rundfrieden Tukan. Aber Europa war für einen guten Zweck. Halt deine Fresse. Grinst nicht so, Haller. Grinst nicht so. Wegen dir sind zwei Pokémon gestorben. Arschloch. Aber Meerjungmann entwickelt sich. Warum ist er männlich? Warum ist Meerjungmann männlich? Das hätte ich ihm Meerjungfrau genannt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist extra so, damit der Anfangssatz nicht so pervers klingt. Er streckt die Brust raus. Glückwunsch dein Meerjungmann wurde so ein Marikeck. Haller, ich werde dich jetzt auf ewig hassen. Vielen Dank, Haller. Danke. Vielen Dank, Haller. Ich wünsche, ich müsste nie wieder gegen dich kämpfen. Ey, halt die Fresse, Rotom. Du fühlst dich mit anderen sehr verbunden. Wenn ein Trainer erste Laune hat, muntert es ihn mit seinen Tänzchen auf. Ey, der tut mich wirklich aufmuntern jetzt. Marikeck tut mich jetzt aufmuntern. Der Pokédex hat nicht unrecht. Hör auf mich auszulachen, du Spast. Ich habe zwei deiner Pokémon getötet. Halt die Fresse, du Spast. Du bist wirklich ein Talent. Aber trotzdem habe ich dir zwei Pokémon getötet. Riki. Warum hast du ihm zwei Pokémon getötet? Es scheint so, als wärst du ein... Als welchen Arschloch. Okay, Kapuriki sagt, ich bin ein Arschloch. Muss ich akzeptieren. Hier, nimm diesen Z-Kristall. Ey. Nosferatus tot. Und Tukan auch. Tukan wäre so nice gewesen. Der Verklarter ist ein Toten. Gibt aber zwei. Zwei. Tote. Zwei Tote. Bei Krabbox. Na gut. Aber eigentlich war ich... Eigentlich musste ich ja die zwei auch verlassen. Halt die Fresse, Halla. Ja, toll. Seid ich nicht peinlich aussehen, aber trotzdem passenden Moves. Ja, alle Pokémon gebrochen müssen. Alle 35, auch die, die ich per Tausch erhalten habe. Halt die Fresse, Halla. Halt deine große Fresse. Du Kla... Du alter Sack. Taurus. Du Arschloch. Warum hast du ihm zwei Pokémon getötet, ey? Nur die Ruhe, Taurus. Das muss ich tun. Sonst hätte ich nicht die Hauche einer Chance gehabt. Ja, ich hol das Pokémon an mich. Ja, ja. Halt die... Ich bin aggro. Ich bin aggro auf dich. Ey, das... Nächster Part ist Let's Play. Höchstwahrscheinlich gegen dieses Arschloch. Tut mir leid. Sag ich eigentlich nicht gerne. Aber... Was sein muss, muss sein. Halla. Halt es durch zwei meiner Pokémon getötet, würde ich das nicht sagen. Aber hey, wir haben jetzt den Taurus Rambock. Nein. Halla, nein. Halla, nein, nein. Oh, Nosferatu sitzt tot. Warum Nosferatu? Ausgerechnet Nosferatu. Das heißt, wir kriegen ja einen Wonder Trade, die vierter geworden von Nosferatu. Oder wir kriegen einen Karpador. Der beste Freund des Menschen. Nein, Karpador. Ey, die Mann, ich hab grad keinen Bock auf... Auf deine Quasi. Bitte. Ey, die Mann. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Ich bin traurig. Halt die Fresse, du Arschloch. Halla. Niemand mag... Kukui, bitte nicht. Ich hab grad schlicht gelaufen. Ja, Trugschlag. Gut, das ist gut, um Pokémon zu fangen. Danke. Hätt ich aber liebend gern meinen Tukern beigebracht. Aber der ist ja jetzt tot, du kleines Arschloch namens Halla. Das passiert, wenn man dann drei Flugpokémon im Team hat. Dann tut er noch das zweitschlechte Glied oder... Ne, ich bin sogar... Ja, ich helfe dir... Ja, ich helfe dir... Ja, ich helfe dir... Welchen zurückzubringen, Lidi. Ich bin nun grad genervt. Natürlich helfe ich dir an Lidi. Warum soll ich dir nicht helfen? Aber Halla helfe ich bestimmt nicht mehr. Oder generell nicht. Piu. Ja, selbstverständlich bin ich dafür, dass ihr zwei mich begleitet. Warum auch nicht? Nicht jetzt. Rotom. Ja, man muss ja zum Festivalplaza. Tauschen. Wunderttausch. Juhu. Verständlich warten, bis das Internet wieder an ist. Das ist so scheiße grad geregelt. Das war so gut geregelt in der sechsten Stelle, dass das dann dauerhaft an ist. Aber nein, wenn man die Festivalplaza verlässt, muss man die im Internet wegmachen. Das ist so scheiße. Warum hat man das in der Sippenchen eingeführt? Egal, ich muss mich jetzt von Nosferatu und von Tukan verabschieden, leider. Das finde ich schade, von Nosferatu und Tukan. Ich hab Nosferatu und Tukan sehr am Zert geschossen. Besonders Tukan. Nosferatu ist ja in letzter Zeit mein kleiner Schützling. Mit ihm konnte man so gute Witze machen. Aber wenn Nosferatu ist jetzt tot. Danke. Wunderttausch. Bitte. Lass das Internet an. Und Katja, bis das Internet an ist, liebe Spiel. Mein guter alter Freund. Spiel. Ich hab drei Pokémon als Backup, aber wer weiß. Wenn ich Gutes im Wunderttausch bekomme, dann werde ich keines meiner Bäcker-Pokémon nehmen. Komm, mindestens ein Gutes. Feuer-Pokémon wäre jetzt gut, natürlich. Aber bitte nicht Choreo-Gel. Ja, Choreo-Gel braucht eine Feuerflug-Form. Er hat Elektro-Flug, er hat Psycho-Flug, er hat Geil-Flug und ja, Feuer-Flug, okay. Bevor ich den Feuerflug-Teil hässlich finde. Hässlicher geht's gar nicht. Ja, warte doch. Ungatütox, die Ponytox. Bitte kommt. Ich will diesen Fall jetzt nicht unnötig lang machen. Bitte, Internet. Spiel mit. Spiel mit. Danke. Bitte. Bitte. Dauert das noch ewig? Das ist spannend. Spannung pur. Danke, Hala. Danke. Guter alter Freund. Er ist mein Feind. Hey. Zum Glück wurde hier dieses 8-Arenen-Top-4-Champ-Gedünstig übernommen, weil... Weil sonst könnte ich mir Hala gut als Top-4 vorstellen. Ich will Hala nicht als Top-4. Ich hasse diesen Kerl. Der uns als scheiß Grabock sieht. Hey. Okay, ich warte noch. 30 Sekunden. Dank Cathy, ich bin das Internet eh immer noch nicht an ist. Nur noch 20 Sekunden. Nur noch 15 Sekunden. Nur noch 10 Sekunden bis zum Cut. 5, 4, 3, 2, 1. Ich cutte. Leute, endlich ist Internet dann. Beim dritten Versuch. Ich bin fake halt nicht das Sprichwort dazu ein. Aber egal. Jetzt dürfen wir wanna traden. Los Ferratu zuerst. Nee, warte. Ich kann mich einfach nicht von dem drin. Doch, Los Ferratu, du zuerst. Los Ferratu. Los Ferratu. Yay. Jetzt kommt die sehr verschlechternd. Die coole Musik aus Book One. XY, Omega Ruby und Alpha Sapphire. Noch dazu. Die guten alten Zeiten damals. Ja, jetzt hat das Spiel. 75 Sekunden Zeit nur noch um ein paar Tauschpartner für mich zu finden. Und es wahrscheinlich will niemand mit mehr tauschen. Niemand mag mich. Ich liebe Los Ferratu. Los Ferratu war der Beste. Oh, mein Brink nicht so Arsch. So, ich hab mich wieder eingekriegt. Kurz auf die Fresse geschlagen und man kriegt sich schon wieder ein. Los Ferratu hatte die Samtsglocke. Fuck. Er hat die Samtsglocke. Nein. Bitte, findet niemand. Findet Nemo. Bitte, nicht Nemo. Komm, bitte, nicht. Ich bin auf Pirat und noch die Samtsglocke abnehmen. Und im Normalium-Z will ich auch noch abnehmen. Ich hab die Item komplett vergessen. Bitte, noch. Soll ich die Kunden, bitte, kommt niemand. 15, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. 7, 7, 6, 5, 4, 3. Okay. Das merke ich mir. Okay. Neu-Musik. Nosferatu. 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 Egal. Egal. Ey, verpiss dich doch, Farbiegel aus. Mein Haus. Niemand mag dich. Niemand. Niemand. Niemand mag dich. Okay. Okay. Smeargle heißt es. Das Farbiegel. Okay. Pokémon. Okay. Smeargle. Level 9. Hat die Attacken. Glut. Tempomacher. Verhindert Verwirrung. Okay. Item. Nehmen. Dem Nominium Zet brauchst du nicht mehr. Dort, wo du hingehst. Druckpick. Ich meinte Tukan. Tukan. Tut mir leid, Tukan. Jetzt werde ich Tukan. Tukan. Fick dich, Smeargle. Aber hey, ich habe jetzt eine Feuerattacke. Mit schlechten Basiswerten, selbstverständlich. Warum auch nicht mit schlechten Basiswerten? Ja, bitte. Ich will kein Trash haben für Trompeg. Trompeg ist so nice. Bitte. Ich wünsche mir einen guten Partner. Einen netten Partner. Einen sympathischen Partner für ihn. Bitte. Sei kein Arschloch. Nicht so wie der vorhin. Das meinte, dass ich gerade so im Rage-Mode bin. Aber trotzdem. Das finde ich nicht witzig. Mein armes, geliebtes Nosferatu. Wurde durch den Farbbiegel getauscht. Nosferatu war doch noch so jung. Nosferatu. Okay. Alula schreibt ja. Quataik aus Nordrhein-Westfalen. Noch ein Deutscher. Wird es ja nicht noch so ein Arschloch wie der von vorhin? Bitte. Ja. Arrg. Wie ich schrieb habe. Bestimmt ist das. Ja, aber ich finde, das sieht richtig cool aus hier mit dem Under-Train. Wenn da tut man das gerne wollen. Mango Spektor. Nice. Okay. Mango Spektor. Oder Gummschuhs. Donald Trump halt. Ja, ich kümmere mich gut um Donald Trump. Warum sollte ich mich nicht auch... Warum sollte ich mich nicht gut um Donald Trump kümmern? Fick dich, Mangunio. Mango Spektor ist das neue Grau. So oder sowas. Okay. Ratz, Fratz und Radikal sind seine Leibspeise. Aber leider Nacht aktiv und daher stellen auf dem Speiseplan eher ein sehr geduldiges Pokémon. Ja, man sieht ab, wie geduldig das ist. Ich mach mal einen Gusspektor. Ich will nur noch das Gummschuhs sehen. Gummschuhs ist Level 2 und fucking nochmal 40. Nein, da kannst du noch nicht... Es hat den Knirscher. Es hat den Bodyjack. Es hat den Superzahn. Und es hat die Masse. Nice. Gummschuh.